Auf Neukundengewinnung kann man nicht ganz verzichten, aber man kann mehr darauf verzichten, als man vielleicht denkt, und zwar indem man mehr Umsatz aus den Bestandskunden herausholt. Und da gibt es sehr, sehr effektive Methoden, das zu tun, sehr, sehr unterschätzte Methoden vor allem, mit denen wir heute sprechen wollen, oder über die wir heute sprechen wollen, mit René Tschoppel. So ist es richtig. René, schön, dass du wieder mit da bist. Hallo Michael, ich freue mich sehr. Das Thema Neukundengewinnung ist sowas, was vielen so ein bisschen schwer auf dem Magen liegt. Da musst du Leads gewinnen, da musst du Akquise machen. Aber du sagst, es muss gar nicht immer so sehr der Fokus auf der Neukundengewinnung sein, sondern es geht auch über die Bestandskundengewinnung. Wie kommst du zu der These? Wir alle fokussieren uns viel zu sehr auf das Thema Neukundengewinnung. Und das ist auch das, was du ja mittlerweile im Social Media überall siehst. Das ist jede Werbung. Ich bringe dir neue Kunden, ich bringe dir neue Kunden, mehr Leads, neue Kunden. Es geht ja nur noch um dieses Thema. Und was wir alle vergessen, wir haben alle einen Schatz, auf dem wir sitzen und den wir leicht übersehen. Und das sind nicht nur unsere Bestandskunden, sondern auch die bestehenden Daten, die wir schon haben. Und das ist genau die Kehrseite der Medaille. Einmal dahin zu schauen, was habe ich denn eigentlich schon? Und mal zu überlegen, was mache ich denn momentan mit denen? Wenn ich mit Unternehmern rede und frage, kannst du dir vorstellen, mehr Umsatz mit deinen bestehenden Kunden zu machen? Geben wir 100% die Antwort Ja. Wenn ich dann sage, hast du eine Strategie dafür? Geben wir 100% die Antwort Nein. Und das ist genau das, was wir heute lösen wollen. Wir gucken uns heute an, wie mache ich mehr Umsatz mit dem Bestand und was sind eigentlich die Schritte, die da hinführen? Sehr, sehr spannend. Ich glaube, da muss man auch schon unterscheiden zwischen einerseits Bestandskunden, also Leuten, die schon gekauft haben, und andererseits Leuten, die man schon in der Datenbank hat, aber die vielleicht noch nicht gekauft haben. Lass uns doch vielleicht mal starten mit den Bestandskunden, weil wenn jemand schon mal was von mir gekauft hat, ist es doch in der Regel leichter, dass er noch mal was kauft. Es ist, also wenn jemand schon mal bei dir gekauft hat, dann kann man hier unterschiedliche, sogar Studien ranziehen, um sich das Ganze einmal anzuschauen. Wenn jemand schon mal bei dir gekauft hat, dann kauft er im Schnitt fünfmal leichter erneut, als dass du einen Neukunden gewinnst. Es ist also fünfmal einfacher, einen Bestandskunden etwas zu verkaufen, als einen Neukunden zu gewinnen. Und hier kann man sogar noch unterscheiden. Es gibt ja Kunden, die haben einmal was bei dir gekauft und gibt Kunden, die haben mehrmals was bei dir gekauft. Die Kunden, die einmal was bei dir gekauft haben, also wirklich nur ein einziges Mal, bei denen ist es so, die kriegst du fünfmal leichter konvertiert. Die Kunden, die mehrmals was bei dir gekauft haben, die kriegst du neunmal leichter konvertiert. Es ist also ein Riesenunterschied, nicht nur, ob jemand schon mal bei dir überhaupt was gekauft hat oder auch, ob er schon öfter was bei dir gekauft hat. Macht es auch was aus, wie hochpreisig das Ganze war? Gibt es da auch Zahlen oder ist das nicht so entscheidend? Also zu den Zahlen, ob es einen Unterschied macht, wie hoch der Preis ist, habe ich zumindest keine Studie gefunden. Was aber ganz klar ist, wenn ein Bestandskunde kauft, hat der Warenkorb im Schnitt ein 23% höheres Volumen. Also, wenn ein Bestandskunde kauft, kauft der im Schnitt 23% mehr auf einmal in einem Warenkorb. Und das unabhängig von der Größe, was eigentlich gekauft werden kann. Das heißt, jeder Bestandskunde kauft im Schnitt mehr ein als ein Neukunde, unabhängig von der Produktgröße. Aber da wird es natürlich, wenn man dann in die Details geht, irgendwo nochmal Unterschiede geben. Aber wir sehen das momentan tatsächlich in so ziemlich allen Branchen. Das ist total interessant. Auch, dass du gesagt hast, es ist viel, viel leichter, dass er wiederkauft. Ich meine, ich stelle mir das ein bisschen so vor, bis du eine Frau zum ersten Mal geküsst hast, dann musst du eine Menge Aufwand betreiben. Aber wenn du sie einmal geküsst hast, lässt sie sich in der Regel auch ein zweites, drittes Mal küssen, solange du jetzt keinen Mundgeruch hattest vielleicht. Und so kann man das ja hier auch ein bisschen vergleichen. Also, es ist ja ganz einleuchtend auch, dass es eher wieder passiert, weil ja ein gewisses Vertrauen aufgebaut wurde. Also, der größte Unterschied, und das ist der Spin, den wir alle unterschätzen, wenn wir Neukunden versuchen zu gewinnen. Und das haben wir eigentlich alle, das Thema, Neukunden achten auf den Preis. Und das ist ja das, was wir als Anbieter eigentlich immer gar nicht so wollen. Wir wollen ja, dass unsere Qualität wahrgenommen wird, das, was wir so besonders machen, die Dinge, die wir besser machen. Und Neukunden achten sehr selten darauf. Bestandskunden wiederum achten extrem darauf, was macht die Qualität. Bei Bestandskunden ist der Preis nicht mehr so entscheidend. Das heißt, wir haben eigentlich bei Bestandskunden nicht nur den einfacheren Verkauf, sondern auch den besseren, weil wir viel mehr auf die Qualität fokussieren und damit natürlich genau dort sind, wo wir eigentlich hinwollen, bei dem Kunden, der wertschätzt, was wir besser machen oder anders machen. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Punkt. Neukunden achten auf den Preis und Bestandskunden auf die Qualität. Habe ich so noch nie gehört, aber macht total Sinn. Ist in Studien tatsächlich rausgekommen. Also Studien belegen, dass Neukunden auf den Preis achten und Bestandskunden auf die Qualität. Zumindest im Kernfokus. Es gibt ja immer die Nischengruppen, also es gibt auch bei den Bestandskunden welche, die dann immer nach dem Preis schauen und bei den Neukunden welche, die auf Qualität achten. Aber der Schnitt, der Schnitt ist anders. Und das ist ja das, was es eigentlich spannend macht, weil ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ich werde hier andauernd in der Qualität verglichen, die sollen mal auf den Preis gucken. Das habe ich noch nie gehört, aber umgekehrt kenne ich es häufig. Ja, das ist wahr. Dann vielleicht, wie kann man, zwei, drei Kniffe, wie kann man aus Bestandskunden mehr Umsatz rausnehmen? Das klingt jetzt so, als wenn wir da rauspressen wollen. Wie kann man Leuten mehr anbieten, wovon sie ja dann auch einen Nutzen haben, sodass man wirklich mehr Umsatz machen kann mit Bestandskunden? Ja, wenn man mit den bestehenden Kunden mehr Umsatz machen möchte, muss man einmal unterscheiden zwischen den Zielgruppen. Also wir haben einmal die bestehenden Kunden tatsächlich und wir haben ja die bestehenden Daten, was ja deutlich mehr sind. Also Menschen, die schon mit dir im Gespräch waren, aber beim ersten Step nicht abgeschlossen haben. Wenn ich mit den Bestandskunden mehr Umsatz machen möchte, ist das ehrlicherweise ziemlich einfach. Weil das Einzige, was wir dafür brauchen, wir brauchen einen Anlass, also wir brauchen irgendwo den Aufhänger, man würde Marketingdeutsch Angle sagen, was interessiert den Bestandskunden jetzt gerade am meisten und dann müssen wir für ihn ein passendes Angebot machen, was eigentlich, ja, schlüssig ist. Das ist schon alles. Das heißt, wir brauchen den Angle und wir brauchen die Touchpoints und idealerweise an der Stelle auch ein bisschen Emotion. Und dann kann ich mit meinen bestehenden Daten oder mit meinen bestehenden Kunden viel mehr Umsatz machen. Einfach häufiger kommunizieren und idealerweise mehr kundenzentriert kommunizieren. Das Erste, was mir dazu einfallen würde, ist, welches Angebot biete ich als nächstes an? Jetzt, wenn ich irgendwas habe, wie was weiß ich, ich verkaufe einen Staubsauger, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Leute immer wieder Staubsaugerbeutel gebrauchen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Coaching habe, was da schon ein Problem lösen soll, was kann ich denn dann zusätzlich anbieten? Du kannst natürlich zu einem Coaching auch dann für You-Projekte mitmachen, dass wenn du jetzt tatsächlich auch Umsetzungen in einem Teil anbietest oder sogar über eine ausgelagerte Agentur, kannst du das mit anbieten. Du kannst Empfehlungen aussprechen. Du kannst weitere Workshops anbieten, um das Coaching und auch die Verarbeitung des ganzen Prozesses besser zu machen. Also angenommen beispielsweise bietest du ein Copywriting-Coaching an. Könntest du mir passend dazu auch Prompts liefern, die ich in ChatGPT und Claude nutzen kann, um mein Copywriting zu beschleunigen und besser zu werden. Du könntest mir Bücher anbieten, die einfach für mich nochmal ein gutes ergänzendes Wissen sind oder ganz klassisch eine Mastermind, wo ich hinkomme und mich mit den Copywritern, die du ausbildest, auf höchstem Niveau austauschen kann und einfach nochmal mehr dazu lerne. Ja, und gerade diese Masterminds, habe ich selber lange unterschätzt, sind wirklich sehr, sehr wertvoll. Also das wird, glaube ich, extrem unterschätzt. Man zahlt da schon auch eine gewisse Summe, aber man kriegt die eigentlich immer wieder raus. Ja. Welches Werkzeug kann ich nutzen? Soll ich die Leute anrufen? Soll ich Briefe schicken? E-Mails sind sicherlich eine Möglichkeit. Wie gehe ich da am besten vor? Wenn du mit Menschen kommunizierst, hast du immer zwei Entscheidungen. Du hast immer die Entscheidung zwischen effektiv und effizient. Was meine ich damit? Wenn du effektiv kommunizierst, dann würdest du jetzt einfach versuchen, so einfach wie möglich mit der ganzen Masse zu kommunizieren. Dafür wäre E-Mail-Marketing perfekt. Genauso auch WhatsApp-Marketing wäre perfekt oder eventuell sogar ein Briefversand, Postkarten, SMS, Videonachrichten, Facebook-Messenger. Das ist alles so eins zu viele Kommunikation. Das ist sehr effektiv, weil du brauchst sehr wenig Zeit und das ist sehr günstig. Die effiziente Variante heißt natürlich, du nimmst das Telefon in die Hand oder wenn was mal ein bisschen steigern, du besuchst jeden Kunden persönlich. Das wäre die effizienteste Lösung, weil du hast auf 100 Besuche, 100 Telefonate, 100 Kontakte gesehen, die beste Conversion Rate. Sehr effizient, allerdings nicht sonderlich effektiv, weil du kannst natürlich nicht alle Menschen besuchen und wenn du vielleicht 100 Kontakte in deiner Datenbank hast, ja, die kannst du alle anrufen, aber wenn du 100.000 Kontakte in deiner Datenbank hast, dann wird es mit dem Anrufen schon ein bisschen schwieriger. Das heißt, da solltest du auf jeden Fall vorselektieren auf dem effektiven Weg, am besten über E-Mail-Marketing, weil es bei 100.000 Empfängern ist E-Mail-Marketing einfach der beste und günstigste Weg und dann, wenn du vorselektiert hast, dann gehst du ans Telefon und rufst die an, die jetzt gerade wirklich warm sind und Interesse an deiner Leistung haben. Sehr, sehr interessanter Ansatz. Das heißt, im Endeffekt wähle ich immer die Methodik, die am vielversprechendsten ist, aber ich muss davor überlegen, mit wie vielen Leuten müsste ich das tun und muss davor dann im Zweifel eine Methodik schalten, die die Leute schon so ein bisschen vorselektiert. Wenn ich jetzt 30 Kunden habe, dann kann ich die wahrscheinlich alle direkt anrufen, aber wenn ich 3.000 habe, 5.000, dann sagst du erst mal zum Beispiel mit Mails arbeiten und die Leute, die dann Interesse zeigen, die kann ich dann nochmal nachrufen. Richtig. Richtig. Wenn du eine große Datenbank hast, hast du grundsätzlich schon mal die Herausforderung, wenn du die einfach versuchst, alle anzurufen. Natürlich, du erreichst eine ganze Menge nicht, das ist klar, aber wenn du eine große Datenbank hast und du rufst die alle an, ist es fast wie Cold Calling, weil die Leute natürlich, je nachdem, was sie gemacht haben, sich teilweise schon gar nicht mehr an dich erinnern können, je nachdem, wie konsequent du vorher gearbeitet hast. Deswegen ist die E-Mail der perfekte Beschleuniger an der Stelle, die perfekte Brücke, die man vorher schlägt zu dem Kunden, um einfach zu sagen, es gibt ein Thema, wir reden über das Thema und du schickst dann E-Mails raus und schaust einfach, wer interagiert mit den E-Mails. Und die rufst du zuerst an, weil du weißt, wer deine letzten drei, vier E-Mails alle gelesen hat, sich die Links da drin angeklickt hat, sich den Content, der da drin ist, konsumiert hat, die sind viel, viel wärmer und wenn du die anrufst, dann hast du auch ein warmes Gespräch wirklich mit einem Interessenten. Von der Formulierung so einer Mail, was sollte ich vielleicht an Fehlern vermeiden? Es gibt im E-Mail-Marketing ein paar gigantische Fehler, die immer, immer wieder passieren. Der erste Fehler ist diese egozentrierte Art zu schreiben. Ich habe, ich will, ich habe ein neues Angebot. Interessiert keinem Menschen, was du möchtest. Das heißt, du musst immer kommunizieren für den Gegenüber. What's in it for me? Das ist die zentrale Frage, die du beantworten musst. Du musst also immer die Frage für den Gegenüber beantworten. Was hat er davon? Und warum sollte er jetzt diese E-Mail bis zum Schluss lesen? Das sind die Kernthemen, die geklärt sein müssen. Und dann liegt es ein Stück weit an dem Framework. Du kannst natürlich mit Schmerz arbeiten oder mit Freude. Wir wissen alle irgendwie, der Schmerz funktioniert besser. Da gibt es allerdings eine Ausnahme und die wird komischerweise so ziemlich niemals erzählt. Schmerz funktioniert besser, wenn wir den Schmerz lösen können. Ganz wichtig. Schmerz funktioniert schlechter, wenn wir einen Schmerz aufmachen, der nicht lösbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt dich mit einem Thema konfrontiere, was dich nervt und ich gehe da rein und gehe in den Schmerz und ich biete dir aber keine Lösung dafür an oder keine sofortige Lösung, sondern eine Lösung für in fünf Jahren wirst du irgendwann mal das haben, dann frustriert dich diese E-Mail, dann frustriert dich der Inhalt und du konvertierst schlechter. Es ist also ganz wichtig, das einmal vorher anzuschauen. Kann ich das Problem wirklich jetzt lösen und wenn nein, dann lieber mit der Freude arbeiten? Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist aber einleuchtend. Also mit anderen Worten, angenommen, ich habe 180 Kilo und will einen Sixpack. Dann würde es gar nicht so viel Sinn machen, diesen Frustrationen die ganze Zeit anzusprechen, diesen Schmerz, weil ich sage, aber es dauert mindestens ein Jahr, bis du das los wirst. Ich wäre dann noch frustrierter, weil ich sage, ein Jahr nochmal warten und würde dann eher nein sein. Das heißt, ich müsste dann eher mit Freude arbeiten. Genau. Man muss auch dazu sagen, du hast jetzt natürlich das Extrembeispiel. Ich glaube, wenn du jetzt die 180 Kilo hast und du willst einen Sixpack, ich brauche nicht mehr mit Schmerz arbeiten, weil den hast du an der Stelle selber und da muss ich natürlich mit einem Picture arbeiten und einem, das kann klappen und für dich und wenn ich dir einen Schmerz mache, dann würde ich dir eher den Schmerz machen, dass du zum Beispiel ab jetzt keine Heißhungerattacken mehr kriegst. Das wäre der Schmerz, Pain und den könnte ich sofort lösen. Ab jetzt sofort nie wieder Heißhungerattacken. Dann habe ich einen Schmerz, den ich sofort lösen kann und dann bist du auch wieder aufmerksam, weil du sagst, okay, es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist ganz wichtig. Also dann in kleinere Teile zerlegen, die man sofort lösen kann. Da müssen wir vielleicht ganz kurz auf ein Thema eingehen und das ist Zielgruppenkenntnis. Weil das, was du gerade gesagt hast, wenn man oberflächlich die Zielgruppe nur kennt, denkt man sich, ja, der will abnehmen. Aber man kommt gar nicht drauf, dass er vielleicht unter diesen Heißhungerattacken leidet. Wie kann ich meine Zielgruppe besser kennenlernen und wie wirkt sich das auch auf meine Mails dann letztendlich aus? Also auch hier ist das zentrale Element die Frage, was machst du ganz vorne? Also wie kommt jemand in deinen Funnel? Wenn du einen Leadmagneten hast und der Leadmagnet geht auf das Thema Heißhungerattacke, dann kannst du davon ausgehen, dass jeder, der sich den Leadmagnet holt, das Thema Heißhungerattacke kennt. Und damit hast du eine Zielgruppenkenntnis und weißt, was verbirgt sich dahinter, wie kannst du die Themen angehen und so weiter. Wenn du einen Leadmagneten hast, der heißt einfach grundsätzlich nur abnehmen, sieben Wege, um besser abzunehmen, dann weißt du, okay, die Zielgruppe möchte abnehmen und wir mutmaßen mal, dass sie Übergewicht haben. Das ist eine Mutmaßung an der Stelle, nicht sicher, aber wir vermuten es. So und dann kannst du höchstens über zwei Wege arbeiten. Weg Nummer eins ist Zielgruppenbefragung. Das heißt, du kannst entweder den Zielgruppen Fragebogen schicken, an einem Gewinnspiel teilnehmen, wo sie dann mehr Informationen geben oder sie anrufen. Das ist eine Option und Option zwei ist, du stellst Thesen auf und arbeitest dann mit Content und schaust, ob die Zielgruppe den Content konsumiert und dann wirst du auch sehen, dass bestimmter Content besser funktioniert und bestimmter Content schlechter funktioniert und diese Thesen stärken dich dann in deiner Annahme, dass die Gruppe wirklich übergewichtig ist oder dass die Gruppe wirklich Heißhungertag macht. Wenn ich so Umfragen schicke, indem ich sage, ja, hilf mir doch mal bitte kurz, fülle doch mal die Fragen aus, machen Leute das? Je nachdem, wie du es machst. Also das Schlimmste, was ich erlebt habe, war von Air Berlin. Die haben mir mal eine Frage, eine Umfrage nach einer Flugreise geschickt und da habe ich gedacht, ja gut, schaust du mal an, was die gemacht haben und dann bin ich auf eine Umfrage Seite gekommen, da waren unfassbar viele Fragen drauf, unfassbar viele Fragen und dann habe ich diese Fragen alle beantwortet, habe auf Weiter geklickt und habe dann oben gesehen, ich bin auf 1 oder dann war ich auf Seite 2 von 32. Also das war so wirklich das absolute Worst-Case-Szenario, was ich mir vorstellen kann. Ich habe nichts davon, ich muss gefühlt eine Stunde Zeit investieren und die wollen Daten von mir wissen, wo ich schon gar nicht mehr weiß, was ich darauf antworten soll. Also so macht man es nicht. Wenn man eine Umfrage mit seinen bestehenden Daten machen möchte, sollte es idealerweise einen Mehrwert geben, für den der daran teilnimmt. Das kann übrigens auch sein, dass derjenige die Ergebnisse von allen anderen mitbekommt, anonymisiert. Also nimm an der Umfrage teil und lerne, wie andere, die das gleiche Thema haben, mit dem Problem umgehen. Das kann durchaus ein Thema sein. Der zweite Punkt ist Gewinnspiel oder ein Mehrwert, ein Gutschein, den du ausschüttest für die Teilnahme an dem Fragebogen oder der dritte Punkt ist, dass du danach ein Content-Geschenk rausgibst für jemanden, der mitmacht, der dann halt spezifisch für das, was er beantwortet hat, auch eine Lösung bekommt. Funktioniert das, glaubst du, dass man sagt, ich baue ein neues Produkt, wenn du mir dabei hilfst, dass ich das besser machen kann, dann ist auch genau das drin, was du an Problemen hast. Du bastelst quasi selber mit an dem Produkt, an der Lösung. Hilft das auch? Hilft auch. ist eine Frage, wie stark deine Community ist, wie viele Kontaktdaten du drin hast. Du hast immer, das ist ein bestimmter Schlag Menschen, der das macht. Es gibt einen bestimmten Menschentypus, der möchte sich einbringen, der will mitwirken, der will an solchen Prozessen teilhaben. Und wenn du davon einige in der Datenbank hast, haben wir ja alle irgendwie, aber umso größer die Datenbank, umso größer die Menge, umso interessanter wird das. Und wenn du es schaffst, ein Produkt mit Kunden zusammen zu generieren, dann ist das wahrscheinlich der beste Weg, den du überhaupt noch haben kannst, weil er ist super, super marktspezifisch und trifft dann on point das Bedürfnis der Kunden. Und da haben wir wieder den Kreis geschlossen zu den Heißhungerattacken. Da wärst du vielleicht sonst gar nicht drauf gekommen, dass das der wahre Frust ist. Ja. Oder ich, was weiß ich, ich würde an sich gerne den Apfel essen, aber ich schaff's nicht, weil da liegt die Schokolade. So, da kommst du ja nur im Gespräch überhaupt drauf, dass das ein Problem sein könnte. Also das ist eine gute Möglichkeit. Wenn ihr bei Bestandskunden beziehungsweise auch einfach nur bei Leads, wenn ihr die bekommt, unterteilt ihr in diese Persönlichkeitstypen? Kann man die irgendwie rausfinden, dass ihr da Gruppen dann segmentiert? Also es macht immer Sinn, Datenbanken zu strukturieren und zu segmentieren. Also einmal genau zu schauen, wo haben wir Informationen, welche Informationen sind irgendwie relevant, wie können wir die benutzen, hat Produkt gekauft, Leistung konsumiert, hat er schon mal einen Termin, war auf der Messe XYZ, kommt aus der Region ABC. All das sind wertvolle Informationen und man sollte versuchen, so weit wie möglich zu segmentieren, um dann einfach passgenau zu schreiben. Das Thema Persönlichkeitsprofil haben wir auch. Allerdings muss man da ein bisschen reingehen, das ist natürlich nicht ganz so trivial. Also wenn ich jetzt meine Datenbank in Persönlichkeitsprofilen aufteilen möchte, dann muss ich Content generieren, der zu bestimmten Persönlichkeitstypen sehr gut matcht. Und dann versende ich den Content und sehe, wer reagiert da drauf. So könnte ich beispielsweise eine E-Mail versenden und jetzt könnte ich hier unterschiedliche Themen anteasern. Also wenn ich jetzt einen sehr dominanten Menschen anteasern möchte, dann würde ich sagen, du pass auf, wir haben jetzt hier die ultimative Abkürzung gefunden, wie du deinen Wettbewerb innerhalb von nur 14 Tagen nahezu vernichten kannst. Das würde jetzt einen Rot-Dominanten sehr stark ansprechen. Wenn ich jetzt einen sehr strukturierten Menschen ansprechen möchte, dann würde ich sagen, wir haben für dich die perfekte DSGVO-Lösung detailliert erklärt. Auf 124 Seiten bekommst du die perfekte Vorlage, um deine Datenschutzerklärung selbstständig und absolut krisensicher anzufertigen. So und jetzt haben wir auf jeden Fall den blau strukturierten Menschen abgeholt. Der Dominante hat da gar keine Lust drauf. So viele Seiten selber anfertigen, will der gar nicht haben. Und jetzt brauchen wir noch den harmoniebedürftigen Menschen und dann würden wir eine Lösung machen, wo wir sagen, schaffe zusammen mit deinem Kunden das beste Produkt, was deine Kunden jemals bekommen haben. Sie werden dich dafür lieben. So und jetzt hätten wir so schubladenmäßig die dritte Gruppe angeteasert und dann wirst du sehen, wer reagiert da drauf. Und das Ganze machst du zwei, drei Mal und dann kannst du schon relativ gut clustern und weißt, wer in deiner Datenbank auf was wirklich reagiert. Wir haben jetzt ganz, ganz oft darüber gesprochen, was ich als Unternehmer machen muss. Das und dies und jenes. Und du hast schon so viele tolle Tipps gegeben. Ich habe vor ein paar Tagen einen Snap bekommen. Ja, ich nutze Snapchat tatsächlich. Ja, ich bin 29. Von einer Geschäftsführerin eines Unternehmens. Wir kennen sie beide. und sie hat mir dieses Foto geschickt, wo sie am Computer hockt und dann wirklich original der Text, also im Hintergrund sieht man so ein E-Mail-Programm mit ganz, ganz vielen Verknüpfungen und der Text drüber war und sie haben noch gesagt, Automatisierung ist leicht. Was ich damit sagen will ist, das alles sind unfassbar wertvolle Tipps, aber es kann wahrscheinlich auch frustrierend sein, es selbst zu machen. Wie viel Zeitaufwand brauche ich mit einer mittelmäßig großen Datenbank, um das wirklich sehr, sehr effektiv zu gestalten? Die Frage kann man unmöglich beantworten, weil es hängt natürlich extrem von dem Anspruch ab, den du hast, an die Qualität, die du selber auslieferst, auf die Produktvielfalt etc. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, dieses Thema anzugehen, sollte man als allererstes Gehirnschmalz in die Strategie setzen, sich einmal wirklich Gedanken machen, was will ich kommunizieren, an wen und vor allem auch warum, also was hat die Person davon? Und das ist die Aufgabe, die muss ich als allererstes machen und dann fange ich an, das Ganze zu segmentieren. Umso feiner ich segmentiere, umso mehr Aufwand entsteht hinten. Das ist logisch, weil umso mehr E-Mails oder umso mehr Botschaften muss ich formulieren. Das heißt, wenn ich wenig Zeit investieren möchte, gröber selektieren und dann Nachrichten raussenden und wieder das Ganze nachvollziehen. Das Problem ist, das ist eine Aufgabe, die ist zwar total wertvoll, aber nie dringend. Und das ist eigentlich das größte Problem, was ich an dem Bestandskundenmarketing finde. Es ist immer sinnvoll, aber nie dringend. Es gibt keinen Bestandskunden, der laut schreit. Es gibt aber immer Neukunden, die laut schreien. Es gibt immer den Teaser, den ich aus dem Markt bekomme, ich muss Neukunden generieren. Es gibt das nächste Pop-up, die nächste Anzeige, die nächste Software, die irgendwie sagt, komm, wir generieren jetzt Neukunden. Und ich habe auch noch nie einen Vertrieb gehört, der gesagt hat, oh ja, ich würde gerne mehr Umsatz mit den Bestandskunden machen. Alle sind heiß auf das Neugeschäft. Und das sehen wir überall. Und das ist etwas, wovon wir uns ein Stück weit lösen müssen und dürfen, dass wir einfach mal den Blick nach innen richten und das auch nicht nur als wichtig, sondern auch mal als dringend sehen. Sagen, das muss jetzt diesen Monat mal rausgehen. Ich muss jetzt mal was für die Bestandskunden machen. Und als ganz grobe Hausnummer, wenn ich das Thema vernünftig einplane, irgendwie mal 10 oder 15 Stunden strategisch in die Überlegung, was mache ich mit meinen Bestandskunden und in die Ausformulierung der Botschaften zu investieren, ist super investiertes Geld und das wäre mal so ein Minimum, wo man anfangen kann. Lass es uns mal dringlich machen, kommunikativ dringlich machen. Zeig doch mal auf, was geht an Umsatz verloren, wenn man das Bestandskundengeschäft vernachlässigt. Wir können ja einfach mal so ein Beispiel machen mit ein paar Zahlen. Das kann ja dann jeder auf seine eigenen Zahlen runterbrechen. Es ist vom Prinzip her, lass uns ein Gedankenexperiment machen. Du bist jetzt seit einigen Jahren Unternehmer und du bist ja schon ein paar Jahre auf der Welt. Was glaubst du, wie viele Unternehmen haben deine persönlichen Daten? Und jetzt bevor du antwortest, denk einmal darüber nach. Du hast höchstwahrscheinlich ein Auto, du hast irgendwo deine Klamotten bestellt, du hast vielleicht ein Geschäft, wo du hingehst. Du wirst auch nicht nur in ein Geschäft gehen, sondern in mehrere. Vielleicht hast du da eine Kundenkarte. Du tankst regelmäßig, du gehst einkaufen bei Edeka, Lidl, Aldi, Rewe etc. Du buchst Flüge, du hast vielleicht einen Fitnessstudio-Vertrag, du hast einen Telefonvertrag, Internetvertrag, du wirst irgendwelche Versicherungen haben usw. Was glaubst du, wie viele Unternehmen haben deine Daten? Ich würde jetzt einfach mal sagen, 150. Ist noch eine niedrige Schätzung, aber gehen wir mal davon aus, 150 Unternehmen hätten nur deine Daten. Gehen wir mal davon aus, wie viele dieser 150 Unternehmen, die ja alle mal Geld und Zeit investiert haben, um dich als Kunden zu gewinnen, wie viele dieser 150 Unternehmen kontaktieren dich im Schnitt im Monat? Das kann man wieder leichter beantworten, weil man ja ungefähr weiß, wie viele Mails man kriegt. Es sind vielleicht 8 bis 10, würde ich sagen. Und daran merkst du, dass es hier über 140 Unternehmen gibt, die einfach wahnsinnig Potenzial liegen lassen. Unternehmen, denen du schon mal dein Vertrauen geschenkt hast, weil du sie ausselektiert hast zwischen anderen und die einfach jetzt nicht damit kommen, was du bei denen kaufen könntest. Und das Phänomen kennen ganz, ganz viele Unternehmen ganz speziell viele Unternehmen aus dem Bereich Industrie, die sagen mir das immer, unsere Kunden wissen gar nicht, was wir alles anbieten. Und dann ist es so, die verkaufen einmal einem Kunden etwas und dann kauft der Kunde ein Jahr später bei dem Konkurrenten ein anderes Produkt, weil er gar nicht wusste, dass der Anbieter das drin hat im Sortiment. Also ich glaube, dass wir einfach wahnsinnig viel Geld auf der Straße liegen lassen. Alleine, wenn wir in der Lage sind, mit einem und demselben Kunden mal ein Folgegeschäft zu machen und einfach das Produkt zwei- oder dreimal Folge zu verkaufen, dann ist es ja nicht nur der zwei- oder dreifache Umsatz, sondern es ist ja auch die extrem gesunkene Akquisezeit und extrem gesunkenen Akquisekosten. Das heißt, der Return ist ja noch viel höher, als wenn ich einfach einen Neukunden gewinne. Ich finde, das, was du gerade hier als Gedankenexperiment gemacht hast, das ist total einleuchtend. Wenn ich mir überlege, welche Firmen kontaktieren mich, mir kommen ja die Namen auch sofort wieder ins Gedächtnis und ich weiß ja auch ganz genau, ich kaufe auch wirklich dann bei dir was. Jetzt nicht bei allen, aber bei sehr, sehr vielen, die erinnern mich einfach nur daran, dass ich ja eigentlich mal wieder da was kaufen könnte und wenn ich jetzt den Bedarf genau in dem Moment habe, dann kaufe ich da auch was. Wenn sie mich nicht davon erinnern würden. Genau. Und umgekehrt, bist du so richtig sauer, wenn ein Unternehmen, bei dem du mal was aktiv gekauft hast, dir nochmal ein Angebot macht mit einem Alternativprodukt, was vielleicht interessant sein könnte? Ich bin niemals sauer. Siehst du? Niemand ist sauer. Weil wir immer wissen, ich habe ja dem Unternehmen, weißt du, ich habe jetzt, ich kaufe meine T-Shirts bei einer bestimmten Marke. So, und wenn die mir jetzt ein Angebot schicken, dann bin ich nie sauer. Ich bin noch nie genervt, weil ich kaufe ja dort gerne. Vielleicht jetzt nicht heute, weil sie mir jetzt gerade, ich habe gerade was gekauft und dann muss ich nicht heute was kaufen, aber ich bin ja nicht deswegen sauer oder genervt. Sauer und genervt bin ich ja nur von denen, die mich kalt anrufen und mir irgendwas verkaufen wollen, was ich nie wollte. Das ist ja wieder die Frage. What's in it for me? Ich glaube, damit schließen wir den Podcast. Weil das hat, dieser letzte Satz hat nochmal so sehr gezeigt, weil Leute haben ja Angst davor. Ich nerve meine Kunden mit Mails und ich will denen nicht immer auf den Senkel gehen. Aber die Alternative dazu ist Menschen zu kontaktieren, die du wirklich nervst. Nämlich Leute, die kalt sind. Also das ist ja, das ist ja die Wahrheit. Klar, du nervst nicht alle davon, aber du nervst die meisten. Also 95% sagen, nee, ich habe keinen Bock auf dich. Bei deinen Bestandskunden sagen die meisten, na schön, dass du dich mal wieder meldest. Da sind vielleicht 5% dabei, die genervt sind. Das ist ja auch okay. Aber die werden ja sowieso nie wieder kaufen. Also wenn du die nervst, dann verschwinden die ja eher. Ja. Schöner Punkt. René, das war jetzt schon wieder eine halbe Stunde, tatsächlich. Unglaublich. Das ist wirklich Wahnsinn, dass sowas gratis auf YouTube steht. Jeder sollte echt dankbar dafür sein. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre im Marketing und ich lerne in dieser halben Stunde immer so viel, wenn ich mit dir rede. Deswegen kann man sich ja nur mal vorstellen, was passiert eigentlich, wenn René und sein Team das für einen macht. Das war ja hier nur die absolute Oberfläche, auch wenn sie es nicht so angehört hat, von dem Wissen, was du hast, René. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz eingehen, was ihr eigentlich macht. Wenn jetzt zum Beispiel jemand hergeht und sagt, okay, wir haben eigentlich einige Daten, wir haben einige Bestandskunden, wir wissen aber nicht ganz genau, wie wir das selber umsetzen sollen, oder aber wir haben eh gar nicht die Zeit dafür, wie kommt ihr da ins Spiel? Wir haben für Unternehmen, die eine Datenbank haben, haben wir einen speziellen Workaround entwickelt, wie wir im Prinzip, man kann das so ein bisschen verstehen, wie ein feines Sieb. Wir bauen ein feines Sieb in diesen Vertriebsprozess mit ein, was einfach die Goldnuggets, die im ersten Step durch das große Sieb durchfallen, im zweiten Sieb aufgefangen werden. Und diese Systematik bauen wir bei Unternehmen ein und sieben damit diesen ganzen Bestand einmal durch und finden noch ganz, ganz viele Goldnuggets. Das machen wir durch smartes, automatisiertes Marketing. In der Regel nutzen wir dafür E-Mail, WhatsApp und Briefkommunikation. Und sehr hilfreich ist, wenn der Kunde Vertriebsmitarbeiter hat, Menschen, die auch gern mal das Telefon in die Hand nehmen, denn denen liefern wir dann eine immer warme Pipeline voller Leads. Ich bin jetzt still. Ich bedanke mich, dass du da warst und uns so viele tolle Insights gegeben hast. Vielen Dank, Röding. Danke auch, lieber Michael. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ich mich auch sehr. Automatisierung Oh, 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 oh Alles geht wie von allein Oh, oh, oh Marketing Magie Oh, oh, oh Mit Automatisierung So fein Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vielen Dank.